Ja, und schon wieder eine Ballenheu rein, und hier wieder die Rosalie da, mit der Nummer 9558. Sie grüsst den Piaf Unger im Erzgebirge, jawohl. Ein grüsst zu Rosalie, der ist ein rotbunter im Erzgebirge, auch vom Bauerausi. Hier ist sie, ich zeig sie dir mal. Hier ist sie, die Rosalie. Und hier, der Stier. So, auch den kann man streicheln. Und das ist ja wichtig einem Stier, dass man ihn gut halten kann. Ja, 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 da, ja. Ja, 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 ja. Und das ist ein anderer Porsche, recht gut gebaut. Okay.